so grüßt euch habe mal wieder ein bisschen was nerdiges gekauft diesmal star wars the mandalorian keepsake tin gift set auf jeden fall ist da ein mack drin ein untersetzer und diese wundervolle dose in der er schon eingepackt ist wie man sieht so dann gucken wir mal rein wunderschöner kochuntersetzer naja ist jetzt nicht so aufregend dann haben wir hier die metalldose ich weiß auch nicht ob ich glaube ich werde die mal die nehme ich wahrscheinlich nicht auf arbeit für kaffee oder so ja ich denke schon ja doch das ist das ist der plan würde ich sagen so sieht aus cutest in the galaxy und hier haben wir die tasse ja wenn es die fünf schmalen euro gibt ist von mit the art group whatever wenn sie fünf schmalen euro gibt kann man die auf jeden fall mitnehmen ich wünsche euch ein wunderschön war wie immer ein kurzes unboxing wünsche euch ein wunderschön herrigen day wenn ihr noch mehr bock auf irgendwelche nerd stuff habt guckt einfach meine anderen videos kleines follow da lassen wäre auch nice oder ein kommi bis zum nächsten mal